hier hin ich will bis dorthin schauen können ach von da kamen auch gegner stimmen von da oben wenn wir die provinzhauptstadt nehmen dann haben wir noch eine mehr die uns gehört ich kann ja mal mit den einheiten bisschen vorlaufen da können wir den hafen hinbauen was haben wir denn da sehr starke einheiten eigentlich gar nicht die provinzhauptstadt brauchen wir nicht unbedingt auch schauen was ist dort da sind natürlich einheiten oder hätten wir sogar eine chance mit unseren wenn die artillerie nicht so scheiße ist man erst mal hier platt auch so verstärkung ja danke ist das ist so richtig spannend sowas versuchen einfach mal selber zu machen belagerungsangriff das wird so richtig rein fetzen und überhaupt mal schauen ob wir überhaupt eine chance haben ja jetzt erst mal ein schnitt so ich glaube auch was ist schon mal die schatten hier jetzt geht das ist nicht untertrieben wenn ich sage es wird doch heftig denn sie bekommen erst mal verstärkung zweitens haben die hier beschissene kanonen und drittens glaube ich wir werden sowieso gleich verlieren alles aufstellung beenden und weiter nach vorne ich habe es einfach so im gefühl ja was wollen wir hier machen dem kanonen wir werden sterben deshalb lege ich auch hier leiter den aufwert haben wir noch die chance dass wir vor den anderen einheiten die festung erobert haben was ich nicht glaube weil kavallerie ist doch ziemlich schnell man kann es mal versuchen ok soweit passt schon mal wir werden jetzt einfach mal vorspulen moment ich will dorthin scheiße jetzt geben sie vollgas es kann richtig heftig werden da habe ich noch alle da habe ich noch einen da habe ich einen verloren ja ich habe nur noch einen genau wo gehen die denn entlang was machen die hier sie gehen in die festung sehe ich das richtige ja natürlich natürlich schleichen sie sich in die festung natürlich warum nicht jetzt gibt man hier speed und vorspulen es muss schnell gehen ich sagte es muss schnell gehen vor der kablade bin ich immerhin geschützt wenn ich oben bin und ja hier sterben auch einige viele ich sage ihm beschissene kanonen ja kavallerie hier unten logisch ja hier noch ein problem ist aber noch ein bisschen weit weg ist noch weit weg schmeißt eure seilchen da hoch los weh sterbt gleich würde ich sagen ihr nahkampf ihr nahkampf ganz viel f und hoch hoch schnell nicht sterben und da auch hoch los nein angreifen angreifen ja ja jetzt gehen sie wieder weg ja danke ja danke kann ich mich da noch rein schmuggeln wäre interessant möglichst alle nach oben bringen hier auch noch mithelfen hier mithelfen ich kann da nicht rein wehe macht dieses dumme tor zu wehe ich komme da rein ja er sieht halt schon ziemlich eng aus muss ich schon sagen wir stopft sie weg wir kommen rein wir kommen rein wir haben sogar schon welche getötet von ihnen yeah los hallo wenn man schon mal sagt ihr sollt sprinten nein da müssen sie erstmal ein bisschen stehen bleiben sich die situation überlegen ist er jetzt angebracht zu sprinten oder nicht hallo doch wie ich halt auf fernkampf bin und sie nahkampf machen unbedingt ganz wichtig muss man nicht verstehen hallo kaputt machen ja da hängen immer noch welche fest in der wand auch so schön vor allem die schießen ja auch noch auf mich ok ich hoffe einfach mal ne hoffe ich nicht ne die packen wir sonst nicht so ich stelle jetzt da welche hin und die sollen jetzt dann die einheiten hier zurückschmeißen das wird schon hart muss ich sagen hallo sag ich nicht ihr sollt da oben stehen bleiben irgendwie irgendwie so das wird eh nix weil da unten da unten noch welche rumlaufen was macht ihr denn warum geht ihr nicht och alle sind irgendwie kreuz und quer verteilt einfach weil sie ein bisschen zu dumm sind ne ich sag's euch wenn die nicht einmal das machen was man ihnen sagt wird's nix neun die haben natürlich auch keine lust zu schießen warum weil wir hätten irgendwo eine einzige ein mensch würde ich sagen rumläuft aber sie schießen doch mal fein gemacht fein haben sie jetzt alle nein natürlich läuft da hinten immer noch ein einziger hier auch noch einer ach ne 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 hallo wie ich halt sagen die sollen da hoch und das machen sie erstmal in einen schönen Haufen damit sie schon abgeschossen werden nie das befolgen was man sagt schaffen sie nicht ist zu schwer für sie ich muss mich jetzt hier oben verstecken aber nein sie kriegen es nicht auf die Reihe ne 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 würde ich auch genauso machen am besten so einen Haufen stellen da wird man nicht abgeschossen da ist es immer am sichersten immer und überall durchgehend macht hinne und schießt schneller ja sie sind jetzt hier in ihrer festung eingeschlossen in ihrer eigenen hat was ah da lebt ja noch einer oh nein einer von 80 komm stirb doch wenn der nicht tot ist schießen meine einheiten nicht er hat einen von meinen getötet verdammt hallo äh ja ähm geht's noch ich will nur dass der eine hier stirbt lauft lauft und macht sie fertig ja gut ha 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 so wendet sich das Blatt ein wenig zumindest jetzt müsst ihr noch in die andere Richtung schießen können naja ich will einmal nicht zu viel verlangen und dieser ewige Kampf hier regt mich jetzt auf hallo er hat schon noch ein er hat zwei getötet oder drei mindestens ein Bauer kann es sein der ist unsterblich es geht nicht er ist nicht ausgebildet wie ich immer sage ah endlich das ist ja ein Zombie jetzt geworden lasst euch Zeit lasst euch Zeit stellt euch nicht auf ihr seid so dumm sollte ich gerade etwas aggressiv sein tut es mir leid aber Einheiten die nicht das machen was man sagt sind etwas dumm was sage ich da etwas nein extrem die schafften sich mal dahin zu schießen oh da hängen noch welche fest das wird nichts weil die da unten klemmen also sowas hatte ich auch noch nicht wirklich hilft nichts ich kann mit denen nicht schießen das einfach zu dumm sind die hier sind anscheinend zu weit weg für meine danke auf sowas stehe ich total bye ah 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 2 bis zu nie die Vielen Dank.